Grüß euch, ich bin Friedrich Eichelberg und heim in der Vorwahl beim Doktor, weil ich mir da auf der Schulter was anschauen lasse, aber das ist ganz nicht da abgeheilt und fällt euch überhaupt was auf bei mir, fällt euch was auf, ich bin heute mit mir. Ohne Ostern weg, weil dann alles nicht beim Service ist. Und auf jeden Fall, dann kriege ich die Woche wieder und da war ich vorher mitordnen. Das macht vielleicht Spaß mitordnen. Du springst am Atom, gell? Ja genau, das springen wir dir aber nicht. Und arbeiten brauchst du auch nicht so viel. Ja genau. Ja, ich glaube ich vor allem halbe oder dreimal im Monat mich heute, weil ich mich mit dem Chef immer ausmache. Und was habt ihr jetzt gestern, neuer Tag? Gestern habe ich noch mehr Fernsehen da, weil ich mich jetzt auch nicht. Ich fühlte dich, Eichelberg. Bis morgen.